Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben YouTube-Zuschauer. Ich bin's, der Yoshi und der Chat. Und wir spielen heute zusammen Harald Harliboot. Ein Spiel, welches ich in Steam gefunden habe, während dieser ganzen Demo-Tage. Und wir spielen da heute die Demo an, die circa 50 GB groß ist. Und ich sag euch eins, ich hab das Spiel an sich nicht gesehen. Ich habe nur die Bilder gesehen. Aber das ist was ganz Besonderes. Ja. Ich starte einfach mal das Spiel. Und wir gucken uns das einfach mal zusammen an, was das Spiel denn im Endeffekt zu bieten hat. Aber der Name alleine ist ja schon sehr besonders. Harald Harliboot. Das ist wirklich eine besondere Geschichte. Die Bilder sahen sehr vielversprechend aus. Also wirklich jetzt. Die sahen wirklich toll aus. Wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Ich höre doch in deiner Stimme, dass es Trash ist. Nein, nein, nein. Ich meine das ernst. Das wird kein Trash-Game sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Trash-Game wird. So, ich guck mal ganz kurz, ob ich das auf Controller spielen kann. Oder mein Controller will einfach gar nicht angehen. Das ist natürlich auch super. Kommt ein bisschen ironisch rüber. Ich meine das wirklich nicht ironisch. Ich meine das ernst. Das Spiel könnte wirklich etwas ganz Besonderes sein. So, warum geht mein Controller jetzt nicht mehr? Das war ja jetzt wieder klar. Controller, hallo! Warum gehst du nicht? 50 GB, das muss was bieten. Ja, das muss auf jeden Fall was bieten. Warum geht der Controller nicht? Chad, was bedeutet das, wenn der Controller einfach die ganze Zeit blinkt? Was soll das? Vor allem, ich habe den eben noch benutzt, als ich gezockt habe. Wie viel kostet denn das normale Spiel ohne Demo? Ich habe keinen Plan. Das Spiel hat auch keine Release-Date, glaube ich. Ah, jetzt geht er. Aha. Ah, ja. Okay, Chad, ich habe alles. Perfekt. Controller funktioniert. Ich weiß nicht. Ich habe ihn jetzt einfach nochmal neu angemacht. Jetzt geht alles. So, wir gehen mal ganz kurz in die Einstellungen. Äh, ich hoffe, der Ton ist soweit okay. Ja, Laden gibt es natürlich nicht. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Spiel. Sprache Deutsch. Ich glaube, es wird nicht auf Deutsch sein. Also kann ich mir nicht vorstellen. So, ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Ja, ich glaube, so ist ganz okay. Äh, Grafik. Was haben wir denn da? Custom. Hoch. Geht es noch höher? Ne, hoch ist das Höchste. Bewegungsschärfe schon aus. Sehr wichtig, Mann. Bewegungsschärfe. Wirklich. Also, wer sich die Scheiße ausgedacht hat, mit Bewegungsunschärfe, der ist wirklich einfach auf den Kopf gefallen. Bewegungsschärfe ist das Allerschlimmste, was du in einem Videospiel anmachen kannst. Okay, chill. Also, wir starten ein neues Spiel. Und wir gucken mal, was hier so abgeht. In Harald Harlibut. Und Fisch. Ein Fisch. What the fuck? War das etwa ein Octopus Tentaculus? Okay, es scheint unter Wasser zu spielen. Sind wir der Fisch? Sind das wir, Mr. Fisch? Hey, schlaf gut. Moin, Nachbar. Boah, ich hätte gerne einen Fisch da hinten. Ja, den da hinten. Alter. Dankeschön, Owen. Sehr cooler Artstyle. Steven, pass auf dich auf. Lillia, schlaf gut. Okay, sind das wir? Sind wir Harold? Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh, hi Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine. Your unpaid fine. I had a fine. Und ich spiel sofort einen Kriminell. Wait. I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit. If an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. Boah, der Arzt, der ist besonders. Der ist sehr besonders. Wo sind die Tattoos? Das ist bestimmt unter seinem Hemd. Der gute Harold, der Name ist doch schon sowieso total kriminell. Ist recht leise. Achso, ich dachte, es war zu laut eben. Okay, geil. Bisschen hässlich, aber auch cool. Ich finde es nur geil. Ich finde den Arzt-Style unfassbar nice. Das ist ein bisschen, als würden die aus Knete gemacht sein. Okay, also man kann auch wirklich selber laufen. Ich dachte sogar, das ist vielleicht ein Point and Click oder so. Okay, also ich kann mich jetzt da hinsetzen, neben diese wunderschöne Lampe. Äh, Lampe. Pflanze. Ich bin jetzt hier für die große Firma. Bist du ein bisschen jung, um zu arbeiten, um zu all das Wasser zu arbeiten? Was? Nein, ich meine... Weil... Es war eine Schade, Doofus. Oh. Ja. Äh... Was? Hä? Hä? Hi, Ma. Uh, look. Before you say anything, whatever your excuses, it'll have to wait. Busy, busy times. Du Bengel. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van de Waart. Have a pleasant day. You too, Master Van de Waart. Freedom! Have fun, Harold! Du kleiner Bengel. Der hat ja auch ne krasse Friese. Lasker, pass auf sich auf. Oh, Harold, hier du bist. Ich habe mich allgemein geschaut. Geh deine Beine zum Labor, wenn du es möchtest. Ich bitte Ihren Entschuldigung, Ma'am. Aber es ist immer noch ein Problem, für Herr Halibut eine Proxie zu finden. Ein vollständig preisendes und ziemlich verwendetes Fein, wenn ich so meine selbst sage. Herr, bitte nicht mehr Verständnis, einfach auf mein Tab, wie immer. Kommt auf, Harold. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber irgendwie mag ich es. Kann man laufen? Ah, man kann sogar laufen. Krass. Herr Halibut, du brauchst das, bevor du gehst. Ein Ticket nach Hause? Ja, und nur nach Hause. Es ist nicht für andere Routen. Okay. Danke, Herr Sekretär. Chat, ist der Ton jetzt so okay? Ich kann nicht warten. Okay, also wir haben jetzt eine Fahrkarte zurück nach Hause bekommen. Ja, und wir mussten Bußgeld zahlen. Ja, ist gut. Bisschen leise. Zu laut, zu leise. Ja, ja, gut. Also ich meine, ich kann es ja generell einfach noch ein bisschen lauter machen für euch. So. Ich erinnere mich noch an deine Schulzeit. Was erzählt sie mir? Okay, hallo. Ich bin noch zu weit weg. Also das ist ein bisschen wie Stop Motion, ne? Warte mal, kann ich hier irgendwie interagieren mit den Dingen, die so in der Spielware... Alter, der winkt einfach. What the fuck? Okay, man kann zoomen. Was kann man noch so machen? Haben wir eine Karte oder so? Okay, faszinierend. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt ein sehr... Ein sehr krasses Story-Game ist halt, ne? Was auch immer die Story dahinter sein wird. Oh, der Arzt sei das supergeil. Ah nein, wunderschöne Abends. Es ist nur... Das andere Sachen war wunderschön. Harold. Ich bin nicht sicher, welches besser ist. Die Idee, dass du mit deinem Kopf in den Wolken leben oder nie über das Leben zu leben. Nur wunderschön Leute werden wunderschön. Ich... Entschuldigung, Professor. Ein Professorin. Ey, wie? Alter, was passiert da? Bro, was war das? Hä? Ist das deren Transportmittel? Hauptstation, All-Water-Sektor, Out-of-Order. Äh, müssen wir den All-Water-Sektor? Ah ne, das ist der. Ah, okay, das... All-Water-Korb. Okay, Hauptstation. Einfach weggespült. Wie sie da rausgeflogen. Du wirst einfach weggespült. Hä, ist ja krass. Okay, hier beschwert sich irgendwie jemand. NEXUS! Bro! WTF, das kannst du laut sagen, hier ein Paar. Du blohnen in kleiner als drei. Ey, warum ist der jetzt so laut? Okay, die anderen waren total leise und der Typ ist einfach übel laut. Ey, ich danke dir von ganzem Herzen, Nexus, für die 20 Euro, Mann. Yo! Chat, einmal bitte ganz, ganz viel Liebe da lassen. Einfach für Nexus, für die 20 Euro. Er schreit hier einfach rum, der Sack. Ich danke dir von Herzen, Nexus. Ich hoffe, dass es dir gut geht, mein Bester. Ey, wirklich viel, viel Liebe. Danke dir für den Support. Okay, ich denke einfach mal, wir müssen unserer Professorin folgen. Äh, ich habe keine Ahnung. Okay, wir müssen ins Labor. Boah. Ich glaube, es ist abhängig davon, wie nah du an denen dran stehst. Naja, eben stand ich ja genau vor denen, die waren sehr leise, ne. Ich glaube, der hat einfach geschrien. Müssen wir gucken. Aber ich glaube, so sollte der Ton erstmal ganz okay sein. Ja, das ist auf jeden Fall sehr entscheidend, wie nah man ist. Was halt, was halt ein bisschen nervig ist. Was halt wirklich ein bisschen nervig ist, weil du kannst dich ja gar nicht umsehen, wenn du mit jemandem quatschst, ne. Also, ich meine, ich möchte jetzt zum Beispiel einfach mal kurz gucken, was ist denn hier hinten? Hier. Kann ich da einfach hingehen? Okay, kann ich gar nicht. Achso, okay. Okay, also muss man immer darauf achten, dass man mit den Menschen wirklich hinterherläuft, weil sonst hast du einfach gar keine Audio praktisch. Neska, dankeschön für die 15 Monate auch noch. Danke dir. Dir geht's super, hab am Ende des Monats Prüfung, aber ich krieg das irgendwie hin. Und danke, Chat, lieber und euch alle, Nexus. Ich drücke dir natürlich die Daumen für deine Prüfung, man. Danke dir nochmal. Boah, das sieht aber süß aus. Hä, ist das eher wie so ein Film, ne? Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen drifte, aber... All water rief die Tube-Pairs wieder. Und sie haben es nie richtig erwähnt. Diesmal war es wirklich ein ehrliches Fehler. Plus, es gab diese Frau, die... Was arbeiten wir eigentlich? Und du brauchst, die Fische auch? Ah, ja, diese auch. Ich bin auf dem Fall. Bye, Professor. Hast du nicht etwas vergessen? Oh, äh... Ich bin sicher, diese sind alle meine Fragen für den Tag. You seem to have waylaid your PDA. NRW! Bro! Guck mal, vielleicht sind auch so die Dialoge nochmal besser, Chats. Hallo und Danke sagen. Danke an dich, Josh, dass du so bist, wie du bist und uns allen hier einen Safe Space gibst. Und danke an die beste Community der Welt. Ihr seid alle wunderbar. NRW, ich danke dir von ganzem Herzen mit den königlichen 22 Monaten Tier 2 Sub. Sehr, sehr krass. Bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und Dankeschön, Dankeschön für die lieben Worte. Ah, ich glaube, so ist besser. Ah, ich glaube, so ist besser. Stranglich genug. Ich habe notiert, dass du nicht deine tägliche Taskliste dazu addest. Und ich will nicht, dass ich dich wieder daran erinnern muss. Oh, danke. Mal sehen. Äh... Also, ich habe die Liste. Es wird zurückgekommen. Geht einfach auf die vier Selektion-Buttonen. Okay. Ähm... Wo waren sie wieder? Die oberen Rechte des PADs. Ah, ja. Der obere der vier Knöpfe. PDA auf und zu. Okay, warte mal. Was sind Add-Ons? Okay, wir haben eine To-Do-Liste. Okay, Chats. Wir haben, wir haben Arbeit vor uns. Ja, wir drücken uns alle davor. Warte mal. Was müssen wir machen? Wie kann ich das machen? Bitte wähle eine der oberen Kategorien aus. Okay, wie funktioniert das? Äh, ich... Warum kann ich nur auf Hauptmenü? Warum kann ich nicht runter? Abbrechen. Ist das ein... Warte mal. Ist das jetzt ein Bug? Okay. Sind wir Hausmeister? Es könnte sein. Aber ich glaube, man nennt das eher Husmeister. Ich glaube, wenn, dann sind wir eher Husmeister. Okay, saving. Dann lass uns doch mal eben hier umsehen. Hier sieht es richtig cool aus. Guck mal, was ist das hier? Fische füttern. Wir müssen die Fische füttern, Chats. Okay, wo finde ich denn Essen für die Fischis? Okay, Aufgabe, Frage Cyrus nach irgendwas. Nach dem Fischfutter wahrscheinlich. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Höh? Oha, Junge. Alter, das Spiel hat ein so... Also, die Art ist übel geil. Aber kann ich da... Nee, hier ist einfach alles zugestellt, oder? Okay, das scheint also mein Zimmer zu sein. Ja, das sieht in meinem Zimmer sehr ähnlich. Okay, kann man da hochklettern? Nee, kann man nicht. Wir haben hier einen Mini-Schreibtisch. Faszinierend. Oha, wir haben hier sogar ein paar Pflänzien und ein... Was ist das? Ist das ein Dinosaurier? So, willkommen beim To-Do-Liste. Jetzt geht's. Ah, jetzt geht's. Okay, also Chat, was müssen wir machen? Füttere die Fische. Äh... Erinnere mich daran, die Fische zu füttern. Okay, aber haben wir nicht. Fag Cyrus nach Fischfutter. Psy ist in der Richtung, um nach Fischfutter zu fragen. Äh, Psy ist der Richtige, um nach Fischfutter zu fragen. Okay, und reinige die Filterstation. Marex sagte mir, ich sollte die Filterstation reinigen, wie immer. Was ist das da für eine Zeichnung rechts? Okay, dann gucken wir einfach mal, ob wir diesen Psy finden. Das ist natürlich die Frage, wofür wir da hin müssen, ne? Der sieht aus wie Hand of Blood. Der Typ hier sieht aus wie Hand of Blood. Ich spazier einfach mal in Ruhe. Ach, guck mal, unser Bett. Können wir schlafen? Hm. Das hat Chat für dich gemalt. Frech. F an die Fische. Nein, nein, wir werden die schon füttern, Chat. Das schaffen wir schon. So, ich geh hier einfach mal raus. Okay, das ist nicht rausgehen. Was ist das? Was habe ich hier gerade getan? Was habe ich hier gerade gemacht? Ich dachte, ich kann hier rausgehen. Hä? Vielleicht kann ich damit noch nichts machen? Ich dachte erst, das könnte vielleicht Fischwutter sein, aber... Weiß jetzt nicht. Guck mal, vielleicht können wir runter in die Lounge gehen. Ah, jetzt können wir nämlich auch da runter gehen. Warte mal, man kann da aber auch nach rechts. Warte mal, was ist hier? Alter, wer ist der Brie? Ah, Herald. Perfekt timing. Oh, Signor Tinnebaum. Du auch. Ich wollte nur ein paar San Suu's Asch. Geile Frise, mein Besser. Ja, ich glaube, es ist einer von den All-Water-Ad-Only-Modeln. Ah. Es sollte trotzdem gut sein, dass die Anrufe heute Abend zu sehen ist, oder? Hast du das wirklich gesehen? Ich werde nur noch zwei Anrufe wieder anrufen. Na, wer weiß nicht. Diego von Gesundheits-Services hat gesagt, dass er etwas über das Reveal von etwas wichtiges gehört hat. Okay. Dann läuft es eine türkische Serie. Warte mal, man kann sogar Dinge auswählen. Was führt dich überhaupt eigentlich her? Pass auf dich auf, Meister. Strangely, yes. I can't believe that. Does that mean, school is out? Yep. The bambinos are happy, and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything. And they do their homework? Maybe. All social district is off limits right now. Or at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kinda cozy here, though, you know? I suppose it is. Anyway, don't mind me, Harold. Junge, die Synchronisation ist ja mal der Hammer, oder? What is Sansou's Ask? Yes. Sansou's Ask. Eternal Love. Best and only Turkish Novella we have on board. I thought Season 18 was bad. But with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to Season 36. Hahaha. I'll try to check it out sometime. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Ready to go? Slide on the road. Junge, wie er hier chillt vor seiner Glotze. Hahaha. Hä? Wo bin ich hier gelandet? Aber Chris scheint ein cooler Typ zu sein. Okay, gehen wir einfach mal auf Level 1. WC Level 2. Okay, warte mal. Was ist hier WC? Oh, guck mal. Die haben hier eine Mini-Pflanze im WC. Das ist ja süß. Und wir ziehen Schlieren im Spiegel anscheinend. Können wir auf Klo gehen? Ich möchte mich mal eben erleichtern, Schatz. Guck mal bitte kurz weg. Muss mal eben pinkeln. Okay, ich kann da aber glaube ich nicht rein, ne? Warum kann ich? Ach, hier ist sogar eine Dusche. Haha. Der ist voll am chillen. Der ist voll am abpimmeln. Aber auch die Synchronisation und so ist so geil gemacht. Ich würde da gerne leben. Du willst unter Wasser leben? Okay, das ist krass. Filtration. Müssen wir nicht irgendeinen Filter wechseln? Das könnte der richtige Weg sein. Also gehe ich extra mal kurz nach links. Was haben wir denn links? Eben konnte ich noch laufen. Jetzt nicht mehr. Observatory Botanical Concept. Ach du Scheiße, Junge. Das scheint ja richtig groß zu sein. Augen sind zu. Du lügst. Ich sehe Orwin mit dem Fernglas. Ach guck mal, jetzt ist da eine Zeichnung. Ist das Chris? Ist das Chris, wie er sich diese... Die Haare auf der Zeichnung... Junge, diese Mähne. Geil. Okay, ich schätze trotzdem mal, dass wir in Richtung Pumpstation gehen. Oh, guck mal, hier ist ein Oktopusi. So, ich gehe hier einfach mal, so wie es euch gehört, ganz normal die Treppe runter. Ich schätze ja mal, dass die Filtration oder die Pump schon richtig sein wird, oder? Holy shit, wo sind wir denn jetzt? Das sieht aus wie in Bioshock. Okay, Jet, ich drücke hier einfach mal den Hebel, wenn ich kann. Ne, kann ich nicht. Dash nicht die �. Stell dir hin und mir wieder mal ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, hier. Ein kleiner Taster, um sie zu halten. Du solltest auch ein bisschen probieren. Ah, danke. Ich lasse euch wissen, was sie denken. Oh, sah das? War das Fisch echt? Ich bin nicht sicher. Ich meine, selbst wenn es nicht war, sind ihre Methoden schon viel mehr sophistisch geworden. Ja. Ja. Ich freue mich auf die Stutt zu sehen, welche Stutt sie zu holen werden. Ich auch. Als ich nicht zu schlafen. Sie erinnern, ihre ersten Messagen? Ja, war es etwas über Fedora nicht zu sein, dass sie eine Konzepte ist? Ja, auf all diese kleinen Flieger. Handwritten, auch. Was bedeutet das Fisch-Message? Ich glaube, etwas über die Planeten zu lösen. Es steht nicht, was hier steht? Oh, wie sie etwas haben. Vielleicht denken sie, dass das Ozean auch eine Konzepte ist. Wie krass. Okay, wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Ein Notizbuch, die Lichtwärter. Mal ganz kurz reingucken. Dieser Fisch, der da lang geschwommen ist. Was stand da drauf? We are free. Systeme, Weltraumtoast. Bro, was, was ist das? Addons, Toast. Was? Ist das ein Toast-Game? Systeme. Okay, auf Systeme. Speicheranalyse, Dokumentakte. Junge, was zur Hölle ist das? Ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet. Hä? Egal, To-Dos. Ich würde sagen, Chats, wir gehen jetzt erstmal einfach zu den Fischis. Ich habe keinen Plan, was das alles bedeutet. Das ist ja Wahnsinn, schon sehr süß gemacht. Ja, und vor allem, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch richtig abdreht. Ich meine, das könnte natürlich auch eine sehr gemütliche Story haben. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das noch voll abdreht. So, wie kommen wir zurück? Von wo sind wir gekommen? Von hier, oder? Wir müssen zu den Fischis. Ja, wir müssen nach oben wieder. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch voll abdreht. Aber die Charaktere scheinen sehr liebenswürdig zu sein. Und dadurch, dass die ja auch so toll synchronisiert sind, scheinen die ja auch viel Leben in sich zu haben. Hier zum Beispiel Chris halt, ne? Wie er da liegt, wie so einer Donis in seinem Anzug da. Geil. Vielleicht ist das auch ein Spiel, das Aua macht. Das kann sein. Ich weiß ja nicht, ob wir irgendwie... Also wie alt sind wir ungefähr? Haben wir eine Frau oder so? Haben wir... Oder sind wir alleine? Haben wir irgendwas? Weiß ich nicht. Ist da irgendwas? Gibt es da noch mehr? Haben wir Familie oder so? So, ich füttere mal die Fische. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, was diese Viecher da sind. So, die Fischis freuen sich. Ist jetzt bisschen doof, dass dieses Ding da im Weg ist. Notizbuch, Fisch zum Abendessen. Okay, Herald-Bot-Diagnostik-Report. Scanning, scanning, all tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation, minimal energy levels depleted. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Okay, Aufgabe, gehe in die Agora Arcaden oder Arcades. Die Bude sieht eher nach Single-Bude aus. Ja, das stimmt. Wobei das ja auch irgendwie ein Labor ist. Also es ist ja, glaube ich, gekennzeichnet als Labor. Und wir haben ja auch eine Professorin, ne? Also kein Plan. Okay, Chat, wir müssen auf jeden Fall irgendwie Richtung Arcades. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr da schon irgendwas gesehen habt. Lab, Quarters, Lounge. War das irgendwie links lang oder so? Oder mussten wir nach unten? Achso, müssen wir da vielleicht schnell reisen? Und uns da hinspülen lassen? Ah, warum funktioniert das nicht? So typisch. Ich glaube, das Ticket-Reaktivation wird noch ein bisschen dauern. Okay, also wir können noch nicht schnell reisen. Okay, abgeschlossen. Aufgabe, Ankündigung ansehen. Okay, also gucken wir uns jetzt diese Ankündigungen an, die sie da im Fernsehen ausstrahlen wollen. Können wir die mit Chris zusammen gucken? Ich würde es geil finden, wenn wir die mit Chris zusammen gucken könnten. Chris, mein Bestar, können wir die zusammen gucken? Hallo wieder. Hey, Chris. Ticket nicht zu arbeiten. Okay, mind if I watch the announcement with you? You'll be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. All Water Corp Announcements. We chose the stars. Not instead of the earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess. But our ancestors did. And we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home. Tasted its air. Or gazed across its boiling seas. But we remember it. Geiler Haarschnitt, man. And then we made a new home. Even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All Water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenner Castletroff. Boah, die hat einfach, der ist ein Stein auf den Kopf gefallen. Und die hat den nie wegbekommen. Okay, bevor wir den nächsten Schritt bekannt geben. Boah, die Beda. That ship journeyed for 200 years, was home to five generations and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with two, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness and the unpleasant, albeit brief alien infestation. Eine Alienplage? And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising watery planet contained no habitable landmass and dense toxic gases in the atmosphere. hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search, that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Ach und so haben die dann das da unten im Wasser erschaffen? Black passt nicht auf. We've achieved so much for the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right. The buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to all water for making this possible. Okay, also die wollen jetzt dann über Wasser. Okay, also die wollen jetzt dann über Wasser. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Okay, claro. Or at least I brought some homework to Mark. Those Bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch? Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Wanna notte, Chris? Wanna notte, Adam? Okay, go. Soon. What? Okay. Oh, no. Oh, no, no. Okay, also ... So what, do you like to see one this time? Waffenszeit. Ach krass, die haben sogar eine Nachtruhe einfach. Kommen sie sicher nach Hause. Chris ist mir sympathisch. Ja, der ist so geil. Die haben den so toll synchronisiert. Ich würde sagen, ich fahre mal hier diese komischen Proben oder was auch immer diese Aliens da drin sind, wieder nach oben in die Decke. Wo sind denn unsere Fische hin? Ah, da sind sie. Ah, unsere Fische leben noch. Also alles gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett, oder? Wo war nochmal unser Bett? Die Treppe runter, oder? Ja, komm. Gehen wir schlafen und dann bricht auch schon der nächste Tag heran. Hä, ich bin voll gespannt. Also, was machen sie mit der Story? Also, bis jetzt, so wie ich das ja jetzt verstanden habe, sind wir anscheinend ja auf irgendeinem Planeten oder so unter Wasser und die haben jetzt eine, irgendeine Konstruktion gebastelt oder irgendein, ein, ein, ein Aparilo, der jetzt praktisch nach oben schwimmt. Jetzt gerade. Damit sie dann oben anfangen können, alles zu erkunden. Ich frage mich, was da passiert. Geht da was schief? Irgendwas passiert doch, oder nicht? Oder ist man das zu sehr gewöhnt, dass immer irgendwas passiert? Oh, ja. Oh, ja. Schrecklich. Die Lampe. Die Glühbirne. Wie geil, die hin und her schwingt. Ohne Decke. Harold, ohne Decke. Junge, das ist wirklich krank. Tag 18.251. Tag 18.251. Oh, good morning, Bikini Bottom. Wie kann er nur? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber in allermeisten Videospielen schlafen die nie unter Decken. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl einfach, dass das zu aufwendig ist, eine Decke zu, zu, wie auch immer man das nennt, zu animieren, zu riggen, wie auch immer. Kein Plan. Oh, unsere Professorin. Hallo, Herr Professor. Was war das Gefühl, dass du das Anrufen hast? Es war ziemlich fantastisch selbstverkaufend. Ja, es ging ein bisschen weiter. Der Junge sieht doch cool. Wahrscheinlich. Ich bin sicher, dass es eine große Grunde von Distraktion wird. Jetzt, wenn du ziemlich bereit bist. Klar. Ähm, bereit für was? Ich habe eine Überraschung gefunden, das in der Arboretum letzte Nacht. Du erinnerst, das letzte Batch von blöden Rocken? Oh, die wirklich kleine, von der letzten Enteckung? Die, die mit den strange Formen und die kleinen Höhlen und... Die blöden, ja. Es ist so, dass sie die Überschungskomposition nicht nur uns klugen, um unsere allgemeinen aquatischen Umstände zu geben. Ich glaube, sie haben auch ein paar Influenzer aus dem Outer Space genommen. Schau mal durch das Mikroskop. Du wirst sehen, was ich meine. Nur um mich zu erinnern, wie das Ding wieder funktioniert. Harold? Are you fooling me? This will be the last time I explain it to you. So for once, pay attention. Kann es sein, dass wir sehr verplant sind? You need to open the hatch first. Also ich finde es süß, dass sie das praktisch benutzen, um ein Tutorial zu haben. Aber kann es sein, dass unser Charakter generell irgendwie sehr, sehr einfach ist? Oh, dafür brauchen wir das Regal. Ja, das habe ich eben tatsächlich schon herausgefahren gehabt. Ich glaube, das erste Mal, wo ich diesen Raum betreten habe. Okay, der unten rechts. Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Alter, wie cool. Die kann man einfach so rausnehmen. Hä? Wie nice. Lol. Ich glaube, eine Decke zu modellieren ist eigentlich nicht so hart. Würde mich wundern, wenn das der Grund ist. Aber stimmt, ist mir nie aufgefallen. Dann weiß ich nicht, woran der Grund ist. Weil wie gesagt, das hat fast kein Videospiel, hat Betten mit Bettdecken. Dann weiß ich nicht, woran es sonst liegt. Vielleicht ist es ein Gag. Kein Plan. Ich will auch so ein Regal. So ein Regal wäre übel cool. Boah, dann könnte ich da... Alter, wie praktisch das wäre, gerade in meinem Minizimmer so ein Regal zu haben. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was werden wir sehen? Die, die du jetzt schauen kannst, hat sich jetzt nicht so richtig Radiation aus unserer Sonne genommen ist. Es gibt ein bestimmtes Mark für jede Zeit da ein Solar Flare. Ich kann nur einen Marken sehen? Das ist das Problem. Das ist nicht genug von einem Regal auf dem auf dem einen Regal. Ich habe es auf 40 B.C. Also brauchen wir einen älteren. Für... Genau, die älteren, idealerweise. Aber ich glaube, wir haben viel Glück, mehr von ihnen zu fangen. Oh, ja. Wir müssen uns herausfinden, wann es eine Gap zwischen Flairs gibt. Flairs cause die Solar Wind. Eine Gap zwischen Solar Storms ist unsere einzige window für dieses Ort. Ich brauche Sie das, Harald. Wenn jemand auf dem Board ist eine älteren Rock, wir brauchen es, ja? Aber wenn wir nicht eine Gapen werden, wo muss ich anfangen? Du könntest an Tommy's Store starten. Du und ich wissen beide, dass der Mann irgendwie aufhört, was die Filterstationen rauskommt. Und dann verkauft er sie auf einem verrätigen Markt. Guten Abend, Jeanne. Schön, dich zu sehen, Bridget. Ist das Sample im Mikroskop? Ich bin sehr interessiert, ihn zu inspecten. Ja, du solltest definitiv. Okay, Chats. Ich glaube, wir sollen in einen Laden, ne? Harold, hier ist der Cyrus. Könntest du ihm eine Message für mich geben? Ich bin sicher, Professor. Ich frage ihn, wie die Details kommen? Okay. Ich frage ihn, aber... Ich frage ihn, aber... Ja, ja, ich weiß. Ich frage ihn, ich frage ihn selbst. Aber hast du nicht stoppt, warum ich nicht wollte? Ich habe einfach stoppt, warum ich sie nicht wollte. Es ist kompliziert, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye. Especially on matters of categorization, nomenclature and subsequent archiving methodology. Not that he ever saw fit to delineate his preferred... Ah, don't mind me, Harold. I just mean, Cyrus has his stubborn phases and I just can't talk to him when he's in one. Okay, say no more. Your message is safe with me. Actually, Harold... No, it's okay. Nothing. Run along now. Okay, sie wollte noch irgendetwas von uns. Aufgabe, Nachrichten, Cyrus. Cy war der Fischtyp, oder? Okay, wir haben zwei Aufgaben, ja, ne? Dann müssen wir Cy eine Nachricht überbringen von ihr. Und wir müssen zu dem Laden gehen und gucken, ob wir da einen Stein finden. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kommen wir zu diesem Laden? Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal zu Cy und überbringen die Nachricht. Und gucken danach mal, wie wir zu diesem Laden kommen. Wo auch immer der sein wird. Tommys Laden, glaube ich, hieß der, ne? Vielleicht müssen wir da schnell hinreisen oder so. Durch die Kanalie, also durch uns abpumpen lassen. Botanical Concepts Observatory. Okay, aber da können wir nicht hin. Ja, dann müssen wir ja wahrscheinlich da hinreisen, oder? Ey, das sieht so cool aus. Guck mal, das hier sieht aus, also genau über uns gerade, über unseren Charakter. Das sieht aus wie meine Wasserkühlungsschläuche. Fällt mir gerade mal so auf. Okay, Cy ist nicht da. Okay, Cy ist woanders. Das ist natürlich jetzt doof. Ich dachte, der ist hier immer unterwegs. Das Spiel beschäftigt sich so ein bisschen mit Astronomie, habe ich das Gefühl. Gefällt mir jetzt schon sehr gut. Und ja, generell, ne? Mit so, also theoretisch ja auch irgendwie vielleicht, um ein krasses Zukunftsszenario für uns alle, ne? Weiß man natürlich nie, was in der Zukunft passiert. Aber vielleicht will ja irgendwann die Menschheit ja doch dann auf einem anderen Planeten. Und das wollen sie ja eigentlich. Ich finde es halt krass, dass sie das einfach komplett verkackt haben, sage ich jetzt mal. Guck mal, vielleicht ist sie auf Klo. Dass sie das komplett verkackt haben. Und ja, jetzt einfach unter Wasser leben müssen halt, ne? Irgendwie ist das krass. Wir leben einfach in einer Wasserkühlung. Das machen wir, Chats. Wir leben in einer Wasserkühlung. Okay, ich gehe mal gucken, ob wir vielleicht uns wegspülen lassen können. Damit wir zum Laden kommen. Oh, ich bin voll gespannt, wie dieser Laden designt ist. Den könnten die so schön machen mit diesem Artstyle. Geil. Erinnert mich ein bisschen an Soma. Boah, Soma war auch so geil, ne? Okay. Agora Arcaden. Ist Agora Arcaden, ist das Laborsektor, Energiesektor? Könnte das vielleicht bedeuten, einfach wie so Arkaden oder so? Ich reise da mal hin. Wir gucken mal, ob es vielleicht dort ist, Tommys Laden. Warte mal, was soll ich jetzt sagen? Warte mal, was soll ich jetzt sagen? Major? Ich passe einfach durch. Ich weiß wirklich nicht, was das geht. Hi Felix. Also, du bist nicht hier, um Entschuldigungen für diesen Diminutiven zu machen? Hey, ich bin nicht Diminutiv. Ich habe nur länger leben, als du. Und Harold, erzähl ihm über unser Leben. Was? Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Junge, die Entscheidungen sind so schnell, ich kann ihn nicht mal richtig lesen. Okay, das war nicht gut. Aber... Was hat Felix auch gemacht? Unabhängig unabhängig für seine eigene Sicherheit. Kein Respekt oder Autorität. Kein Respekt. Kein Respekt. Irgendwann, Major. Unter welcher Jurisdiktion ist Harold in Trouble? Mein! Ich bin die Regierung hier. Felix, kannst du dich an das? Absolut. Kannst du dich an Harolden involvieren? Nur, wenn du dich an mine testieren möchtest. Harold, erzähl die Wahrheit jetzt. Es wird leichter in der langen Runde. Bro, das ist wahnsinnig gier. Ich habe nichts gesehen, um zu testieren. Verdammt! Dann ist der Fall in Gefahr, dass sie entfernt fallen. Ich bin sicher, dass Felix's Eltern damit zu tun werden. Gute Punkte. Sie sollten wirklich präsent sein, während du mich fragen möchtest, Major. Ich bin nur ein Miner. Nein, du schaffst das Buch an mich, Junge. Wir sind nicht alle. Ich weiß nicht. Und gute Glück, sie finden sie. Felix, hast du sie verloren? Harold, lasst das für die Professionale. Felix, willst du mir sagen, dass du einen Anruf verabschiedst, dass du einen Anruf verabschiedst? Wir sollten nicht nachdenken? Nicht verändern das Thema. Aber Major, was ist das Thema? Das ist richtig, Harold. Kennen Sie Ihre Rechte. Wenn, und ich meine, wenn, dass du eine Art von Heroic Big Brother für diesen kleinen Mann wirst du eine positive Influenz sein. Ich... Wir... Es gibt keine... Komm schon, spiel es aus, Mann! Just leave me alone, Sandstrom. I've got fish to feed. Okay, Harold. But your fish won't save you if I catch you red-handed. Now Felix! Where is Felix? Oh, no. Felix? Harold! You've lost him! Agh! Bro, w... W... Was passiert hier? Erstmal Serafina, ich danke dir von Herzen für die drei Monate. Dankeschön. Viel Liebe an dich. Und Butterkeks, gönn dir die Western-Style-Chips. Äh, zieh am besten vorher einen Strahlenschutzanzug an oder so. Junge, was zur Hölle passiert? Warum bin ich alles schuld? Ich fühl mich hier gerade als welch Streamer. Hilfe! Wie kommen wir denn da... Wo kommen wir denn da hin? Hallo, Herr Sekretär. Uh... Eight. Right? Ich bin sicher nicht. Du musst dich denken über meinen Bruder, Sekretär Eight. Oder Sekretär 24, natürlich. Oh, sorry. Ich hab immer das mitgemacht. Es sind nur drei von euch, right? Na klar. Uh, drei von uns arbeiten für All Water, ja. Oh, also... Es gibt einen, der nicht? Hm. Ja. Sekretär Eight ist der Mann, der zu fragen. Er erinnert es viel besser als ich. Er erinnert? Okay. Das klingt ernsthaft. Anyway. Ich habe meinen Posten verletzt. Willkommen in den Agora Arcades. Würdest du gerne in der jährlichen All Water Raffle Bonanza teilnehmen? Oh, sicher. Warte. Ist es frei, zu gehen? Natürlich. Der Raffle ist eine gewisse Gesture von Frigalität. Von All Water zu dir. Die Mitglieder der Fedora. Ey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Also auch, wie das so aufgespielt ist, ne, mit diesen All Water Corporation und keine Ahnung was, ne, mit diesen... Ich sag jetzt mal so Politikern oder die da oben. Die da oben! Ähm... Mich würde nicht wundern, wenn sich hier so richtige Scheiße rausstellt irgendwie. Also so, dass... Dass man so richtig versklaft wird oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? Was sind die Preise? Well, es gibt eine lange Liste von Luxurien. Eine plätschörende Preise. Die volle Liste kann bei Ihrem Leisur auf dem All Water Public Access Forum vertreten. Okay, ich bin bereit. Wo sind die denn alle? Keine Ahnung. Okay, ich bin bereit. Okay. Komm Chat, wir gewinnen jetzt was Schönes. Und... Oh, yeah. Jetzt. Wow, dankeschön. Super. Hä? Das war's? Okay, wir sollen mit Sekretär... Das war der falsche Sekretär. Wir müssen mit jemand anderem reden. Junge, diese Bilder. Wer... Wer sind denn die zwei hier bei diesem Candlelight Dinner? Alter, wie das ist einfach? Wie sind das? Okay, wir sollen immer noch die Nachricht an Cyrus überbringen. Wobei ich immer noch keine Ahnung habe, wo der ist. Optionale Aufgabe. Sprich mit Sektor... Sekretär Nummer 8. Sekretär Nummer 17 hat mir von einem geheimnisvollen vierten Bruder erzählt. Und dass Nummer 8 vielleicht bereit ist, mir mehr zu sagen. Die heißen also einfach nur Sekretär 8. Sekretär irgendwas. Ja, so wie das jetzt ist, ne? Date mit Chat, ja. Okay. Hier wird wahrscheinlich der Shop sein, oder? Oh yeah. Nachricht, John. Warte, wir haben eine Nachricht bekommen. Nachrichten von John. Genau. Slippys Double Black Diamond Angebote sind da und nur für einen Tag nicht verpassen. Slippys exklusiver neuer Kampagnenstart. Heute noch bei Slippys vorbeischauen. Ah, guck mal, hier sind mehr Dorfbewohner. Oder Unterwasser, wie auch immer man das hier nennen soll. Können wir da reingehen? Wie cool. Tim, was denkst du dann über die Erinnerung? Ich denke, es klingt spannend, Alon. Du denkst, alles klingt spannend? Na ja, das neue Mädchen und alles. Vielleicht gibt es uns etwas Neues, um zu nattern. Das neue Mädchen, Tim? Was wird er denn aufhören? Alien-Radiodrama? Ich bin nicht sicher, Alon. Vielleicht werden wir einige fancy Bilder bekommen. Es scheint mir zu mir interessanter zu gehen, als aufhören zu gehen. Du gehst aufhören, Alon. Genau, du bist, Zim. Es ist alles, die sitzen da und natteren mit dir. Hey, Tommy. Ich glaube nicht, dass du bald wieder in der Shop sind? Oh. Oder, ich meine, ich kann wieder zurückkommen? Oh, nein. Was brauchst du? Es ist nur, dass... Der Professor und ich brauchen einige Searrocken. Ich meine, Filterrocken, aus älteren Zeiten? Die kommen aus den Filtern. Und ich fühle mich, dass du einen vielleicht hast. Psst! Schau! Nimm dich nicht in Filter, Franky. Du wirst wissen, dass jedes Stück in meinem Inventor ist legal, oder... ...legal gefunden. Genau? Genau, sicher. Legal, also? Legal, also? Okay, schau und schau hier, Longy-Long-Pants. Ich schaue die Store für einen Grund, du weißt? Oh Mann, ich bin sorry. Ich wollte nicht sagen, ich wollte dich Longy-Long-Pants nennen. Hast du sicher, dass du nicht wieder zurückkriegst? Es ist okay. Ich fühle mich einfach für mich einfach entschuldig. Ich habe das Gefühl, dass meine wunderschöne Angel-Winke nicht mehr über mich mehr interessiert. Oh. Nein, ich weiß, ich bin wieder über Charon. Tommy, du musst zu stoppen, über Charon! Schau, Kind. Either way, ich werde dir heute nicht mehr Hilfe sein. Ah. Wenn du sicher bist. Ja, du hast mich einfach auf eine blauen Note gefangen. Das ist alles. Sie hat so viel Zeit mit dem wunderschönen Marble spendiert. Du weißt, der Mann in der Silke-Rombe und die fliegenden Locken? Harold, wenn du mich leidigst... Ich war es nicht. Na gut. Aber könntest du mich alleine? Okay. Also, seine Frau verbringt also sehr viel Zeit mit einem gewissen Adonis. Lass uns doch mal hier reingucken. Was haben wir hier? Slippies. Oh, das ist da, wo wir eine Nachricht bekommen haben. Du bist cool. Also, du bist cool. Also, du bist cool all the time mit meinen patenteden Consta-cool fabrics. Also, duhst du, das ist die Slippie-difference. Und wenn du nur diese spannende Infomercial hast... Ah, Harold! Wenn das nicht mein Lieblings-Multi-Maintenance-Main. Warte. Du bist sicher, dass ich dich nicht interessiert in... Oh, egal. Hallo. Wie ist dein Geschäft? Du bist ein jeder Mann, oder? Ich habe eine neue Ad, und ich brauche deine Meinung. Ich meine, ich glaube, es ist großartig. Aber vielleicht ist es zu hoch. Was ist mein Konzept? Oh. Well. Ich bin nicht wirklich qualifiziert zu... Nichts. Schaut mal. Schaut mal. Der hat einen Werbesport gemacht. Ich versuchte, ein Buch in der Komforte von meinem eigenen Haus. Aber mein eigenes Haus war nicht so komfortabel. Es war zu heiß, um sich zu konzentrieren. Ich werde immer mit meinen Kindern lesen. Oder ich werde die Erinnerungen der Fedora 4 von meinem Armchair wieder genießen. Warum? Ja, natürlich. Du wirst. Mit meinem patented, tried-and-tested Aircon-System... Es ist Ponty! Du wirst immer sein, dass dein Gehirn, Bücher und dein Körper frei zu halten. Und so cool wie Jameson Jameson selbst. Bitte nicht. Slippy's Aircon-System ist nicht offiziell beendet, von den Kreaturen der Fedora 4 oder ihren Liegenheiten. Das ist Ponty 2.0. Du wirst auf seine Familie mit kaltem Arme schauen. Meine Familie ist auf mich. Was werde ich tun? Du wirst dich in einer unserer triple insulierten, kräftigen Jacketen... ...und natürlich mit einem Fernwanderer. Du weißt, was sie sagen. Warm Hands, Warm Hearts. Slippy's bedeutet Heritage. Ich bin derzeit in einer langen Tradition von Winter Sports Enthusiast. Schlipmeier's throughout history haben alle, von Royalty zu der Common Man, warm und cozy in der Pursuits der großen Outdoors. Slippy's bedeutet Social Responsibility. Die Schlipmeier's waren eines der größten Sponsors der Fedora 1-Projekt, zurückgegeben zu den Menschen. Sie verdienen es. Sie verdienen es. Mit über 200 Jahren der Expertise kannst du beten, dass die Wetter-Forkast shows Slippy's across the board zeigen. Komm in aus der Kälte und in Slippy's. Slippy's. Heatsprotection ist so gut, es wird ein kaltes Tag in Höhe. Also, was denkst du? Geil. Es war glitschig wie du. Was genau habe ich mir da gerade angesehen? Ich finde das eigentlich, das ist gut. Es war glitschig wie du. Ist das jetzt ein Kompliment oder ist das eher negativ? Ach du Scheiße, der hat eine Halfpipe? durch eine kleine Modifikation Und während du hier bist, ich ging einfach. Ach du Scheiße, der hat eine Halfpipe? Ach du Scheiße, der hat eine Halfpipe? Ach du Scheiße, der hat eine Halfpipe? bei einer kleinen Modifikation zu meinem patented Aircon System, das ich nennen kenne. Ist das... Ich muss... Ich bin glücklich, dass du gefragt hast. Es kombiniert die atmosphäre Synthesität, die du so trägst. Das klingt... Warte. Ich? Skiing? Aber ich... Nasein. Ich bin sicher, dass du ein Naturall bist. Jetzt kommen wir dich in. Die Charaktere sind toll. Das ist wirklich sehr, sehr geil umgesetzt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... warte mal, was muss ich jetzt machen? Oh yeah. Shit. Es ist ein sehr, sehr kalter Samstagmorgen. Morgen. Ich skiehe mal eben zur Bäckerei nebenan. Wuuuuh. Was passiert hier? Oh yeah. Genau so. Genau so. Hä? Hä? Oh shit. Oh Harold. Du warst wirklich davon abgelaufen, oder? Die erste Mal das schwer. Es ist alles von dort abgelaufen. Ich glaube ich bin mit dem Namen, aber du bist mit der Natur. Haha. Bro, das... Ich hätte wirklich besser gehen. Sure, sure. Aber nur so wie du weißt, ich schaffe eine ziemlich generöse Referralscheme, wenn du interessiert bist. Für jeden Kunden, den du bekommst. Gotterdash. Okay Harold. Ich schaue dir. Notizbuch Skifahren. Hä Junge, wie geil. WTF. Chat, die Charaktere sind... Also, einfach mal so kurz als Frage so an euch. Also, wie findet ihr das mit der Synchronisation mit den verschiedenen Charakteren? Ich finde die haben, also zum Beispiel auch er jetzt oder Chris, die haben sofort einen Tiefgang. Keine Ahnung, wie ich es sonst anders ausdrücken soll. Man fühlt sich irgendwie sofort so, als wären die... Also, als hätten die eine richtige... So eine richtige Geschichte irgendwie. Weil die so... So geil rübergebracht werden. Guck mal, was haben wir denn hier? Ein General Stalk. Okay, schade. Der hat zu. Und was haben wir hier? Eine Oasis? Jo, was... Oh, wie geil! Die... Ey, kann man Games zocken? Geht's dem Eisbären da oben gut? Weiß mal, das hab ich gar nicht gesehen, Owen. Äh... Genau, die haben einen richtigen Charakter, die Charaktere. Genau. Alter, diese Pilzfrisur, scheiße. Der sieht aus wie eine Eichel. No school means no peace. They're just... Hanging around. Taking space. Clean all the Arcade. Ein blauer Pimmel. Was ist denn das? Junge. Was... Was ist denn... Ach du Scheiße, was hat der denn seinem Friseur gesagt? Hilfe! Auf dem Schild über dem Laden. Warte, ich guck mal ganz kurz. Das ist also die Gaming-Oase. Okay. Schade, dass man nicht schneller... Ach doch, warte mal! Warte mal, warte mal! Oh, so läuft man schneller! Ah! So, du meinst den Eisbären. Junge, von was wird der denn gejagt? Von einer Krähe? Okay, haben wir hier noch ein paar Shops, wo man reingucken kann? Zehn von zehn bis jetzt. Es ist sehr, sehr cool, ja. Gefällt mir sehr gut. Warte mal, wen haben wir denn hier? Auch geil, dass man mit denen allen reden kann. So, wen haben wir hier als Charakter? Oh, der ist hochnäsig, oder? Hey, buddy. Hey, Harold! Great to see ya! How about that Announcement, eh? Ah, vielleicht doch nicht? Yeah, it was... really something. It sure was. I try not to busy myself with those kinds of affairs. Ist der Briefbote oder so? Also Postbote oder so? Der Jog? Äh, ich war nur... Chris promised me he be here any minute. Now we've really got a Jog team on our hands. I think I'll pass. No one's forcing you, Harold. But why don't you keep me company until Chris arrives? Okay, that I can do. How's the Post? Ah, it's a bit slow what with the tube to the utility district being out. So I can't really work. Not working makes me so restless. I hope it's back soon. Good thing you have the arcades to jog around. Yep, and Chris can't get to the school for the same reason. So at least we'll have plenty of time to work out together. That young man is almost as fit as me. Why do I feel like I'm the odd one out? Oh, Chris. It's time to arrive. First to finish. That's my motto. Harold, won't you stay? The Jog team won't be the same without you. Yeah, Venga, Harold. You can't leave now. I just got here. Jog team, Jog team, Jog team. Junge. Okay, was... Das würde ich gerne, aber ich muss jetzt wirklich los. Okay, aber bitte lass mich nicht zu schlecht aussehen. Ey, warte mal, meint vielleicht der Typ, äh, da... Dieser Tommy, der meint irgendwie seine Frau hängt irgendwie mit so einem Adonis ab. Ist vielleicht Chris damit gemeint? Okay, Job. Komm, Chad, wir gehen jetzt joggen einfach. Oh shit, ich bin nicht so schnell. Junge, Chris. Alter, ihr seid viel schneller. Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hallo, wartet auf mich. Ich... Ihr seid zu schnell. Ich kann... Ich kann nicht. Fett. Ich fahr gleich in Ohmacht. Ja, Chris ist ein Adonis. Genau das Video. Ja, Chris ist ein Adonis. Das ist das, was mich aufhängt. Ich muss ein gutes Beispiel für diese lezten Studenten von mir auch. Hast du noch Tipps bekommen? Nur aufhängt, Harold. Du wirst nie wissen, wann du aufhängt. Also, weiterhängt, während du kannst. Dann... Nice. Notizbuch, der Lauf. Hä, wie cool. Warte mal, und wer sitzt hier hinten? Wer ist er hier? Wen haben wir denn da? Oh, Onat. Hey! Wie geht's, Harold? Nicht zu schabber. Danke. Wie geht's dir? Ich bin wirklich super. Ich habe ein Buch gefunden. Oh, cool. Welches Buch? Ein Buch. Ein Buch. Ein Buch. Auf der Erde. Niemand auf der Station hat es noch gelesen. Außer von mir. Wow. Was ist das denn? Schau dich um. Und dann findest du. Mein neuestes Ausbildungsprozess ist eine Liederung. Oh, nice. Super. Alles, Harold. Alles. Without Interruption. Es wird eine wilde Reise. So, Bacala. Jester und Sock auch aufkreuzen, Chat. Okay. Good luck. Ich finde, Jester und Sock sollten mit ihm auftreten und das Theater machen. Okay, hätten wir das. Ich weiß gar nicht mehr genau, was unsere Mission eigentlich war, aber wir laufen mal da hoch. Wer zur Hölle ist dieser Stein-Adonis da oben? Oder ist das einfach nur ein Stuhl? Achso, ich dachte, da sitzt jemand drauf. Warte mal, da sitzt jemand drauf, oder? Ist das Mr. Tentakel? Gönn dir auf jeden Fall deine Mandarine. So, wen haben wir denn hier? Guten Tag. Gotcha, das bin ich einfach. Hallo. Hey, Mann! Willkommen zu der Fisch-Fisch-Hot! Sample unsere Homegrown-Fedora-Fisch oder die Fisch-Fachter-Fachter-Drechts. Quatsch der Fisch-Fachter-Drechts? Was ist der Fisch-Fachter-Drechts? Heute haben wir die Groß-Super-Grüpper. Das klingt gut. Nur aus Interesse, ist das ein Fisch-Native? Nichts zu sagen, Mann! Wisst ihr, einige der Fisch-Fachter-Drechtsschluss in der Kriege, also wir wissen nicht ob sie auf den Oseen, oder sogar mit den Fisch-Native. Fisch-Fisch-Fischhütte. Aber wir können garantieren, den frischen Super-Grüpper-Tast, ihr wisst nicht. Super-duper. Okay. Fisch-Fisch-Fischhütte. Warte mal, wer ist er? Hier ist er tot. Achso, ich dachte, er ist tot. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Alles klar. So, was ist denn nochmal ganz kurz unsere Mission? Also, to do. Siehe nach Brigitte. Oder doch, Brigitte. Siehe nach Brigitte. Tommy weigerte sich wegen Beziehungsgedöns mit Brigitte, den Gemischwarenladen zu öffnen. Vielleicht sollte ich in den Energiesektor gehen und nachsehen, ob ich ihr bei irgendetwas helfen kann. Okay, Chat. Also, nächster Halt. Energiesektor. Wir müssen gucken, ob wir ihr irgendwie helfen können. Alles klar. Wie kommen wir in den Energiesektor? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich glaube, wir müssen schnell reisen, oder? Ich hatte irgendwo eben den Energiesektor gelesen gehabt. Ich glaube, er war bei der Schnellreise, oder? Hallo. Bis bald. Oh, warte mal. Wir haben eine Nachricht vom Professor bekommen. Professor. Was hat sie geschrieben? Jemand hat die Wand mit Graffiti besprüht. Eine Beleidigung fürs Auge. Bitte entferne es. Hä? Was für eine... Was? Jemand hat eine Wand besprüht? Oh mein Gott. Das war bestimmt dieser kleine Arsch, oder? Von eben. Destination determined. Jetzt... Mal. Okay, wir müssen jetzt in den Energiesektor. Graffiti ist Kunst? Ja, nicht alles, ne? Also, ich finde schon, äh, Junge... Es gibt so hässliche Graffitis. Ich finde, irgendwie ist das auch keine Kunst mehr. Also, mal eben da... Ich sag jetzt mal einen scheiß Buchstaben hinzusprayen, oder so. Das kann ja wohl jeder. Oh, schon haben wir dann wieder Weihnachten, ne? Oh, das ist... Oh, das sieht interessant aus. Ja, das wäre dann hässliche Kunst. Sehr hässliche Kunst. Ne, aber ich finde irgendwie... Also, ich weiß nicht... Also, gerade auch bei Graffitis und so... Ich finde halt, wenn du das Eigentum eines anderen beschmutzt... Und das tust du ja in dem Sinne... Finde ich das irgendwie kritisch. Und Chad, guck mal, wer der Adonis ist. Du Monster, das ist inakzeptabel. Ich versuche gerade Lippen zu lesen. Es ist inakzeptabel. Tommy würde sich realisieren... Egal. Oh, sie geht doch nicht fremd. Lass dich einfach von deinen Gefühlen... Was? Oh, Graffitis in der Schule ist auch cool. Und dann kommt der... Dann kommt so ein Yoshi, der nicht mal Kunst hat in der Schule. Oh, oh. Oh, oh. Hm? Pretty mysteriös. Jetzt wünsche ich, dass ich die Lippenlese-Unterricht nicht hätte. Den Lippenlese-Unterricht... Ja, den hätte ich auch nicht schwänzend sein. Okay, warte mal. Wir können da rein. Nein, warte mal. Wir, wir können nicht mehr mit denen reden. Wir müssen jetzt zu Tommy gehen und ihm das sagen. Junge, der denkt doch sofort, die geht fremd oder so. Das ist aber nicht cool, oder? Warte mal. Alter, was haben wir denn... Ach, hier ist er ja. Den habe ich gesucht. Hallo, Cy. Wie geht's? Oh, es ist schwer, Harold. Alle Details haben die Details wie das. Ich habe gewonnen. Oh, es ist gut, dass du hier eigentlich bist. Ja? Was brauchst du? Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit einem 3D-Printer. Es gibt überall Garten. Oh, okay. Shall I take a look? Ja, bitte. Aber ich hoffe, du bist besser mit der Technologie, als du mit den Frauen bist. Ähm... Ich hoffe so, auch. Okay, ich sehe mir das Ganze mal an. Ich kann das. Also... Oh mein Gott. Chat, was haben wir da gerade vor uns? Ach du Scheiße. Was haben wir da gerade vor uns? Nein! Die gibt es noch. Hahaha. Alter! Okay, ich gucke mir aber jetzt erstmal den 3D-Drucker an. Okay, du musst erst die Schrauben lockern. Alter, nein! Ich muss nicht alle Schrauben lockern, oder? Oh mein Gott. Ja, Chat. Äh, was habt ihr eigentlich heute noch so... Oh mein Gott, das ist ja voll schwer mit dem Controller. Oder? Einfach der gute Overhead-Projektor. Junge, wie wild. Hahaha. Dass ich den nochmal sehen werde. Faszinierend. So. Oh, das ist ein bisschen ASMR, wie diese Schrauben runterfallen. Lalalala. Imagine, du bist Informatiker und du musst den Drucker reparieren. Hahaha. Äh, wir werden nur gedisst im Spiel. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, äh, Harold irgendwie so ein bisschen zurückgeblieben ist, oder? Also, er macht irgendwie so diesen Eindruck, als wäre er irgendwie so etwas zurückgeblieben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll sonst. Ich finde an diesen Wänden bei den S-Bahnen juckt es niemanden, ob es jetzt hässlich grau sind oder mit ganz vielen Farben besprüht ist. Ja, das ist was anderes. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, äh, die Häuserwänden von irgendwelchen voll zu sprühen und das ist dann halt deren Problem und so, weiß ich nicht. Man finde es dann irgendwie nicht so nice. Kein Plan. Vor allem auch noch, wenn es so unfassbar hässlich ist. Und wie gesagt, gefühlt einfach 80% der Graffitis sehe ich sehr, Junge, die sind einfach so ehrenlos hässlich. Und das finde ich dann irgendwie nicht so nice halt, ne, wenn man das dann kaputt macht, das Eigentum von jemand anderem so. Alter, das ist geil gemacht. Irgendwie ist das geil. Ob das richtig ist, dass ich einfach alles abschraube? Guck mal, wie die Sachen auch so richtig hängen daran. Oh, das ist ja, das ist ja fast ASMR. Geil. So. Okay, warte mal, hier sind noch mehr Schrauben. Oh, ich will noch mehr Schrauben drehen. An den Handsimulator. Oh, kann ich da mit meinem Schraubenzirr rein... Ah, ha, ha, ha! Oh, I'm sorry, Harold, I could anded to resist! Ow. Ow? electric Orte. Was the printer even broken, Sah? Maybe, maybe- If it's any consolation, I discovered this little trick the hard way. Ow, why didn't you just fix it, then? Oh, where would the fun have been in that? Sy ist voll der Sadist, Sy ist voll der Wichser. Wow, und wir sind wieder dazwischen und wir kriegen jetzt Ärger, ne? Marie, hey. Das war's? Echt? Ich kann den 3D, oh, das find ich cool, man. Einfach das Ding auseinandergeschraubt und jetzt bleibt er einfach da. Können wir den Overhead-Projektor mitnehmen? Ich will den in meinem Raum haben. Schade, können wir nicht mitnehmen. So, und die, boah, ich würd dich gern mal, Scherz, so richtig die Hose hochziehen einfach. Sodass seine Boxershorts, oder der trägt bestimmt ein String, einfach wirklich an seinen Nippeln hochziehen. Geil, Mann. Hat er verdient? Oh, shit. Ist ein cooles Game für Steam Deck, ja. Ist die Frage, ob's viel Leistung zieht. Fine, you got me. Happy? Just tell her, Procedure's major, and that she puts the YRU in Cyrus. I don't know that's such a good idea. I mean, what is this whole thing about exactly, anyway? She started it. Oh. Back in the days, we were both part of the Archive Club. She was always so darn keen to throw away all the rules and invent new archiving procedures. She called it a healthy distrust for calcified mental models. But all it did was stop us ever getting anything done. So, you disagreed about archiving? Precisely. But it was fundamental. I mean, we respected each other's work, but there was this deep difference. And I guess I was willing to throw away all the rules. So, what did you decide about the archives? That's not important anymore. Come on, man. Sometimes you don't need to reinvent the wheel. Okay. So, no message for her? Nah. Just tell her I say hi. She'll know what I mean. Okay. Catch you later, sign. Aber Baldur's Gate sieht auch Leistung, oder? Ja, safe. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Spiel hier mehr Leistung zieht, als Baldur's Gate. Es ist halt immer eine Frage der Optimierung, halt, ne? Ich weiß es nicht. Aber ja, es wäre ein super Steam Deck Spiel. Also, das stimmt auf jeden Fall. Also, vor allem die Story... Also, ich spiele auch die ganze Zeit hier mit dem Controller, und das ist ja super, also. Passiert jetzt nichts extrem aufwendiges, oder so, was man irgendwie schnell klicken muss? Alter, meine Stimme geht schon wieder weg. Ist das bodenlos. Please halt for your contaminant inspection. Hör auf, mich anzusprühen! Es ist noch nicht Weihnachten. Der Overhead-Projektor, einfach Legenden-Status in der Schule, absolut. Okay, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Warte, lass mal ganz kurz gucken. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Also, wir haben drei To-Dos. Mini-Nachricht an Mo... Okay, die Nachricht muss also zur Professorin. Das können wir ja easy machen. Wir müssen ja eh nach Hause. Nimm wieder mit Tommy... Oh, wir müssen zu Tommy. Okay, wo war Tommy? Oh mein Gott, wir müssen jetzt Tommy einfach erzählen, dass dieser Adonis mit dir abchillt da, ne? Der war im... In den Arkaden, glaube ich, ne? Location nominated. Journey commencing. All water, thanking you. Ich hab Chips. Oh, geil, Marie. Man gönnt dir auf jeden Fall deine Chips. Thank you for traveling with all water. Boah, ich kann mir das richtig geil vorstellen, wie er da gerade so chillt und so Chips fräst so. Und einfach nur nebenbei entspannt den Stream guckt. Richtig geil. Also ein cooles Spiel, so zum Chillen, finde ich. Also bis jetzt ist es sehr berührend. Ich weiß natürlich nicht, wie es in Zukunft aussieht. Der arme Tommy. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob wir dem jetzt einfach sagen müssen, yo, Mr. Adonis Chris chillt einfach mit deiner Frau. Und, äh, ja, die haben irgendwas miteinander. Michael, schlaf gut. Ja, bitte gib mir was ab, Marie. Ich hab richtig Bock. Michael, schlaf gut. Was haben die für Gespräche, die zwei, während die da sitzen? Bro, was? Das sind aber nicht so leckere. Du hast nicht so leckere Chips. Warum hast du denn nicht leckere Chips? Oh oh. Oh, was ist das? Ich weiß, aber es ist mehr... Wer war mit ihr? Ich dachte... Ich weiß, ich sollte... Was? Wer war mit ihr? Es sah total professionell. Ich habe nichts zu sehen. Nur... Frau Tinnerbaum. Was? Was ist er in ihrem office? Es gibt keine Art von Energie. Wenn ich noch meine eigene Haare hätte, würde ich niemals kommen. Oh Mann. Ich bin sicher, dass es nicht so ist. Ich... Ich glaube, sie weiß... Du... 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 Weißt du... Weißt du... Weißt du... Weißt du... Was ist das... 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 Was. Was... Es war das... Das war's... Wie sagt... Was ist das... Ich bin so sorry, Buttercupsy. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, hä, wie cool. Ist ja süß. Anna, mit 24 Monaten. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum die Allerz unten so haken. Das liegt manchmal an verschiedensten Spielen. Ich glaube, es liegt daran, dass die FPS nicht gecappt sind in dem Game. Krass. Anna, ich danke dir von Herzen für die 24 Monate. Dankeschön. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Und danke dir für die Sub-Erweiterung, natürlich. Dankeschön. Warte, können wir noch mit dir reden? Warte mal, wurde da das Fenster eingeschmissen, ja, ne? Ja, ich bin hier auch. Energieprobleme? Du hast das gehört, Herr Busy-Ears? Oh, aber ja. Ich meine, wir müssen immer noch beherrschte und effizienten. Und, du weißt, das ist nicht öffentlich. Aber ich möchte mich noch beherrschte, bis wir herausfinden, was passiert. Ist die Station mehr Energie, als es war? Ja, ja. Insofern der Transporte. Warum reduzieren wir nicht das Transportröhren-System? Okay, ich frage einfach mal nach. Wissen Sie mir, warum wir nicht nur das Transportsystem reduzieren können? Huh, ich frage mich selbst das gleiche. Every time we add some new upgrade or expand it, it eats up more energy. Our production process doesn't get any more efficient. Plus, when we held an anonymous vote about it, Okay, wie funktioniert die Energieerzeugung überhaupt? Wie machen die Strom? Hey, das ist übel krass, einfach wie, also, dass man... Ja, so hin und her einfach, ne, auch mit den ganzen Charakteren. So, warte mal, was ist hier passiert? Ja, hat jemand das Fenster eingeschmissen oder was? Äh, Mike, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ich kann dir leider sehr schwer nur erklären, worum es hier geht, weil so richtig weiß ich es auch nicht. Es geht halt um uns, Harold, und die Geschichten eben, die hier so passieren. Ja. Es ist sehr kompliziert, irgendwie jetzt dazu was zu sagen, muss ich ehrlich. Harold, wenn es transpired hat, dass du nichts zu tun hat, mit dieser wunderschönen Violation von Code 7887, dann so... Nein, nein, ich will den Rock mehr als jeder finden. Hm... Sag, ich glaube dir. Kannst du dir denken, ob etwas, was uns helfen könnte, um die Culpräte zu finden? Ich bin sorry, Major. Ich werde dir wissen, ob ich etwas denke. Sieh, was du tun hast. Dieser missingen Rock ist ein Stain auf meiner Schaue der Justiz. Ich will. Bye, Major. Warum ist der eigentlich immer so krank sau auf uns? Be gut, Harold. Benehmen Sie sich, Harold. Was hab ich denn gemacht? Der redet einfach, als wäre ich der größte Kriminelle. Scheiße, wir brauchen diesen Fickstein. Den hat bestimmt dieser kleine Bengel. Es ist okay, Tommy. Es war nicht dein Fault. Ich fühle mich einfach, du weißt? Ich war so in meine eigenen Sachen, vielleicht... Ich weiß nicht. Danke, Tommy. Vielleicht wird es aufrufen. Ich bin nur glücklich, dass du und Brigitte zusammenfassen. Danke, Harold. Du bist ein schrecklicher Typ. Chat, ihr seid auch duftig. Ich lasse euch wissen, ob ich nichts höre. Danke, Tommy. War das... Hieß der Felix, der Kleine? Boah, Chat, das war bestimmt Felix, dieser Bengel. Okay, was ist unsere jetzige Mission? To-Do. Boah, wir haben so viele To-Dos hier. Hilfe. Optionale Aufgaben. Blauer Stein. Gestohlen. Okay, wir müssen... Also, wir müssen so oder so wieder nach Hause und die Professorin praktisch ihr das erzählen, dass der Stein geklaut wurde und so ein Shit. Wir sind alle dufte. Sehr dufte, Chat. Boah, ich finde das Spiel wirklich übertrieben toll. Also, irgendwie... Also, ich habe das Gefühl, ich werde so in diese Welt reingezogen. Ich bin richtig drin, wisst ihr? Also, und ich glaube auch, wenn man das noch weiter ausbaut mit diesen ganzen Charakteren und so, dass man die richtig lieb gewinnt auch, ne? Gerade mit Chris zum Beispiel, der immer so gut drauf ist. Hier, Mr. Pimmelkopf in blau. Keine Ahnung, ich finde es schon cool. Oh, ich habe deine Message. Oh, danke, Frau... Ach, das ist ein Mädchen. Oh nein, Felix war es. Oh, oh. Why? I mean, and why couldn't he just have said that to me himself? I don't know, go ask him. My work here is done. Later, Mr. Thanks. Felix. Ich finde das voll... Ich mag das voll, dass das alles so Figürchen sind. Ja, also, der Arzt ist sowieso in meinen Augen eine 10 von 10. Also, ich finde das Design so geil. Es fühlt sich an wie ein Film, ne? Okay, ich glaube... Wo war nochmal unser Zuhause? War das der Laborsektor? Ja, ne? Wahrscheinlich. Und vor allem ist das eine sehr lange Demo, ne? Also, ich meine, okay, die war doch 50 GB groß, aber guck mal, wir nehmen jetzt seit anderthalb Stunden auf einfach. Voll krass. Die Zeit war wie im Flug bis jetzt, finde ich, in dem Spiel. Ich hätte jetzt gedacht, die nehmen wir erst eine halbe Stunde auf oder so. Einfach schon anderthalb Stunden. Okay, äh, wir müssen gerade... Ne, warte mal, wo war nochmal... Warte mal, ist Chris da? Mal ganz kurz gucken mit Chris. Du kannst mit dem X-Button auf dem Controller irgendwas auch laufen. Äh, Ohna, dankeschön. Ja, tatsächlich. Habe ich eben auch herausgefunden. Danke dir. Warte mal, was ist das? W. Mel, schlaf gut. Oh, guck mal, wir können uns da hinschillen. Chili Grilly. Was? Okay. Die gute Chili Grilly. Ohna, dankeschön für dein Follow, Mann. Danke dir. Aber ja, stimmt, ne? Warum benutze ich das nicht öfter, dass ich laufen kann? Irgendwie mag ich das, dass der so ruhig geht. Okay, also das müssen wir... Das wird wahrscheinlich das Graffiti sein, was wir wegmachen sollen, oder? Kann das sein? Where is home? Oh, diese Bengel. Okay, wir machen jetzt erstmal sauber hier. Grafik-mäßig super nice, ja. Total. So, putzen. La 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 la. Das kann ich gut. Wegen Powerwash. Oh, je. Ich find's voll süß, dass das alles so Minispiele sind. Also genauso wie, wo wir eben praktisch diesen, äh, diesen Sicherheitskasten da, den 3D-Drucker auseinandergenommen haben. Irgendwie ist das voll cool, dass man das so wirklich selber auseinandernehmen muss und schrauben muss. Warte mal, da ist doch noch was. Wie jetzt? Das war... Oh mein Gott, das triggert mich aber jetzt. Oh, es ist schon wieder Nacht. Achso, der Tag ist schon wieder um. Hilfe. Der Fisch sieht aus wie die Schrift... Warte, wie fühlt der Fisch? Die Schrift sieht aus wie die Schrift bei dem Fischen oder bei dem Fisch, der da vorbeigeschwommen ist. Oh mein Gott, als ob. Chad, es sind die Fische. Ich glaube, die Fische, die haben sich hier unter uns Menschen irgendwie angesiedelt. Vielleicht ist... haben die sogar Menschengestall angenommen und sprayen uns jetzt hier die Bude voll und protestieren damit. Es sind die Fische. Es ist nicht Felix, es sind die Fische. Professor, du wirst nicht glauben, dass du das nicht glaubst. Warum hat das nicht mich beeinflusst? Die Schrift blöde. Es ist weg. Du hast es gefunden. Du hast es verloren. Es war Dolan. Von Tommy's Store. Das ist wirklich verwechstreich, Harold. Ich weiß. Oh, und ich habe auch ein Zeichen von Cyrus für dich. Dann kommt es mit dir. Er sagt... Hi. Hi? Just hi? Ja, nur so. Er sagte, du wirst wissen, was es bedeutet. Junge, die zwei sind ja... Die zwei haben so richtig Krieg. Krieg im Büro. Die zwei haben so richtig. Ich bin so richtig. Du wirst sie mal verstehen. Das ist die neue Böhre. Sie haben eine Bewechung. dass wir das Problem glauben, die von der Erde herausfinden. Was? Sie haben die Daten von der Transmission? Wir haben. Sie wurden in 21.02. Alter, eine Nachricht von der Erde? Hallo, Isabel. Ich habe eine 12.05 Uhr. Aber Mama, es ist nur 10. Und eine von diesen. Okay, jetzt spielen wir. Das ist uns. Nach der Fedora. Er war sicher, dass wir okay sind. Wer ist da? Wir sind nicht ganz sicher, wie zu sagen. Johnston! Cut die damn MIND! Sie sind live! Was? Oh, verdammt! Professor? Professor? Did you hear that strange message? It was hard to miss. It's the first message from Earth. Ever? Certainly in my lifetime at least. I wonder, what kind of message would a dying civilization speculatively send to a ship that can never return? What do you think it means? It means that the fact All Water haven't shared it publicly yet means they're thinking about how to turn it to their advantage. What if it's not the first message? Don't be paranoid, Harold. What reason or authority would they have for keeping messages from us? Still, even if they had planned to share it immediately, they look suspicious now. Gosh, that message could be anything. Maybe they've got information for us about our mission. Hmm. Well, what could that information be? If we pre-suppose... Junge, das ist so cool gemacht. Das ist ja wie ein Film. It is. Mate 3 Movie Zine There is ament of a port Focus. Yes? Oh, it's you. Yes? No. Indubitably. Fine. What? Was? 15%? Aus der Frage. Okay, sicher. See you shortly. Harold, ich möchte Sie mit mir kommen. Huh? Wo? Was war das? Warum? Es war der CEO von Allwater Corp., of course, asking mich zu jumpen. Was für? Wie hoch? Indeed, Harold. Indeed. Well, unfortunately für meine Bath, she was adamant, we went there immediately. She even unlocked our Tube-Tickets for emergency night travel. But why? Okay. What does she want with us? Well, we'll soon find out, won't we? Come on, let's not keep her highness waiting. Alter, was? Oh, das ist Mrs. Brick. Oh, dear. First move advantage and get this work in for us, not against us. Yes. Come in, come in, come in. Now, as you both know, time is of the essence. Sorry. Where are my manners? Would either of you like something to drink? Ah, I suppose I might like a coffee. There's really no time for coffee. Time is of the essence. Professor, would you like to sit? No, thank you. I prefer to stand. Oh, a woman of action. I love that. Anyway, we must act. Due to the unfortunate Konnick incident, we've been forced to move up the schedule. It's imperative we deliver some good news about the start procedure. Hmm. I suppose that wouldn't hurt. To that effect, Professor. And, um, you there. I'll need you to supervise Cyrus directly. We can't afford for any unforeseen delays. Cyrus, he works best undisturbed. The man is a stubborn buffoon, but there's no doubting his thoroughness. Professor, please. It would do this old hard good to know that you were keeping a watchful eye on him. Or maybe your, um, protégé here could do it. I'll hang out with, I mean, watch Cy, sure. If it makes you happy, Madame CEO, we'll make sure Cyrus delivers. Great music to my ears. Thank you both. You've done all water and the ship a great service. We're ready. Go live and stay on schedule. Okay. All Water Corp Announcements It's my privilege to announce to you all today that our new boy program has already proven an unmitigated success. We present you now the full and unedited audio that represents the first incoming message we've received in our lifetimes. Now, before the message plays, I'd like to take a moment to reiterate just how proud we should all be of progress on the new start procedures. It won't be long before we're ready for the first attempt, the latest in a long line of steps on the road to a greater, brighter future for us all. Please enjoy this message brought to you by the All Water Corporation. This is, uh, after the fedora. Boy, we sure hope you're all okay, whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Things were pretty rocky here when you left, of course, and, you know, that was a great move. Probably the right decision at the time. We didn't know whether to even tell you this, but we figured maybe it would give you some comfort way out there in the freezing clutches of deep space. To what? Oh, right. Yeah, I guess. Or, I mean, even better, the comforting, warm embrace of a lovely, habitable new planet. Well, we just wanted to let you know that we pulled together down here. The sparrows calmed down and things pretty much worked themselves out. Life still isn't perfect, bananas died out, and you've got to be pretty careful around water. But by and large, we're back on track. Earth survived. Wish we could send you a postcard. Anyway, be safe and maybe one day we'll get a hello from you. We'll be listening. Bro. What? What are you all still doing here? Don't you have work or something to do? Scram! Junge, was? Die sind da 200 Jahre irgendwie durch das Weltall gescheppert, haben da irgendwie angefangen unter Wasser zu leben und die haben die Welt einfach auf die Reihe bekommen. Hey, das ist der Kriterium Nummer eins. Erzählen Sie mir von der Einführung der Allwater-Zeit. Wann wurde Allwater gegründet? Was genau macht Allwater eigentlich? Ich würde gerne mehr über die jetzigen Vorsitzenden erfahren. So, what exactly does Allwater do? Allwater Corporation is dedicated to making the lives of Fedorans easier, more pleasurable and more sustainable. Major services include regulation of the ship's day-night cycle, the tube transportation system, organizing the monthly Allwater ball, balancing the energy Allerdings ohne Bananenbäume, ja. Hey, aber ob die... Also irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht so geil, also... Ich traue dem Ganzen irgendwie noch nicht so ganz. Kann ich da rein? Warte, was ist das? Ich will auch da rein. Was macht das? Jo, wa... Wo bin ich? Ja. Wie das einfach so das Normalste der Welle ist, dass der so hoch fährt? Harold Halibut. Harold Halibut. Ja, ich bin sicher, dass du dich bist. Harold, sag mir, hast du niemals verloren? Oh, ich bin immer verloren, hier. Nein, Harold, ich meine, du fühlst, dass du keinen Sinn hast. Ich weiß, meinen Sinn, aber manchmal ist es nicht sehr wichtig. Du hast den Leak gehört, ich versuche. Ja, natürlich. Das Leak, das Einzige, das Einzige, das ist, ich bin nicht fertig. Wenn meine ganze Familie, diese ganze Mission, das Land, meine Kapitänseite, in der Höhe, was ist alles ein Fehler? Oh, ich verstehe. Well, vielleicht hat die Erde nicht so schlecht, wie die Leute dachte, es wäre. Aber wir sind immer wir. Und du weißt, es ist nicht wir, Ich glaube, dass du jemanden verloren hast, Harald? Hast du? Ja, jemanden wichtig. Sie ist weg, Harald. Oh, ich bin sehr froh, dass du das hörst. Was ist passiert? Koko hat eine... ...unschedulung von Absenzen. Oh, also... Sie ist nicht lange... Immer? Nein, ich bin sicher, dass sie irgendwann zurückkommt. Aber jeden Moment ohne sie, ich spende in Langem und Entschuldigung. Ist es jemand, ich weiß? Mein Lieber. Ihr Name ist Koko. Oh, ich bin nicht sicher, dass ich sie kennenzulernen. Willst du eine Bilder sehen? Koko ist eine Bedeutung. Harald, du bist so eine Beziehung. Kannst du versuchen, sie für mich zu finden? Ich würde sie selbst suchen. Aber in diesen unbezüglichen Zeiten... Ich denke, es ist besser, dass ich nicht meine Koste verlassen. Also, über Koko. Sie ist erster Offizier, der Vogel. Sie ist erster Offizier, der Vogel. Hm. Nicht, was ich weiß. Ich fand sie einmal in einem Bremskloss, versucht, eine Seasponze in meinem Haat zu haben. Ich versuchte, dass sie ein Augenblick für sie. Oh, Harry. Ich hoffe, sie ist okay. Ich bin nicht sicher, dass sie einen anderen Freund in der Welt hat. Warum? Strawberry genießt auf jeden Fall deine Ferien. Dann machst du sie gemütlich. Aufgabe Koko finden. Was? Aber es ist halt so... Es erinnert mich so ein bisschen so... Ich sag mal so ein bisschen an The Witcher halt, ne? So... Also, von diesem Prinzip her. Du machst eine Sache und plötzlich hast du drei andere Sachen. Junge, jetzt muss ich einfach Koko finden. Sein Vogel. Hä? Geil. So, Mister. Ich muss sie mal ganz kurz wieder nach oben fahren, damit ich hier rauskomme. Sehr interessante Bude haben sie hier. Muss ich schon ehrlich sagen. Haha, tschüss. Geil. Okay, was ist denn unsere Hauptmission gerade? To do. Zieh dich ins Labor zurück. Energie verbraucht. Ziel Aufladestation. Auch Bett genannt. Okay, das ist die Hauptquest. Weil machen die es ja Abitur im Mai und wird jetzt alles immer stressiger? Eieieiei. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Warte mal, warum konnte ich mein Reiseziel nicht auswählen? Haha, Süßnadel. Okay. Ich glaube, wir sollen in den Laborsektor. Wie schön es hier ist, ne, nachts. Keine Sau ist hier unterwegs. Die Fischis schwimmen draußen umher. So, wir reisen jetzt aber erstmal nach Hause. Und machen es uns gemütlich. Ich mag die Geräusche. Was? Lass mal ganz kurz gucken, ob Chris noch hier ist. Chris ist weg. Ich vermisse Chris. Ich finde, er sollte dort leben. Immer damit wir den Mai eben besuchen können. So. Abgeschlossen. Ach guck mal, sie ist auch noch da. Hey Professor. Oh, sind das die neue Teacups? Komm und sieh für dich selbst. Oh, ich versuchte, ich habe sie gekauft. Harold, einfach schau. Was passiert denn jetzt? Wenn man sich im Dunkeln verirrt hat, muss man tiefer gehen, um den Weg nach draußen zu finden. Die Lichtwächter. Die Lichtwächter. Harold Hollywood. Okay. Coole Message. Aber das war auch, das war eine sehr lange Demo, ne? Holy shit. Also, einfach mal so ein Fazit von mir, bis dahin, wo wir jetzt gesehen haben. Also erstmal, es war eine sehr lange Demo. Das Spiel gefällt mir sehr gut. Ich finde, es hat irgendwie, es fühlt sich nicht an wie ein richtiges Videospiel, obwohl es natürlich eins ist. Aber es fühlt sich irgendwie besser an. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist eher wie so ein interaktiver Film, so Aller Life is Strange irgendwie. Aber dadurch, dass die Charaktere irgendwie so geil vertont sind, dadurch, dass die Charaktere generell einfach einen richtigen Charakter haben, der natürlich auch so rüberkommt durch diese geile Vertonung. Also, versinkt man so richtig in diesem Schiff oder in dieser Station, wo die da unterwegs sind? Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt, aber... Also, dadurch, dass das irgendwie so cool erzählt ist, alles fesselt das, ne? Also, ja, mehr, glaube ich, kann ich gar nicht dazu sagen. Also, ich bin sehr gespannt, was dann mit dem fertigen Spiel ist. Also, wie das aussehen wird, was da hinterher dann die Geschichte generell ist. Aber sehr faszinierend. Und vor allem ja, bin ich gespannt, also, ob wir nicht alle irgendwie verarscht werden. Und vor allem auch, wer sind diese Licht... diese... wie hießen die? Lightkeepers oder so? Wer sind die? Das frage ich mich auch. Also, was ist deren Mission? Sind das die Fische? Ich meine, eben war ja da ja so ein Fisch, ne, der da diese Message langgezogen hat und so. Wer weiß? Keine Ahnung. Danke für diesen tollen Stream, das war super nett. Oh, na, danke schön für dein Dasein, hör mal. Und danke dir für dein Followers, freut mich sehr. Das wird noch spannend, ich glaube auch. Sehr fesselnd, finde ich, ja. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch eine sehr, sehr fesselnde Story haben wird, wenn das rauskommt. Und ich finde es sehr cool, dass sie wirklich einfach so eine lange Demo gemacht haben, weil... Also, die ging ja jetzt wirklich... Oh, warte mal. Alter, es gibt einen Abspann. Also, die ging ja jetzt zwei Stunden. Und es gibt einfach einen Abspann zur Demo. Nice. Geil. Äh, finde ich persönlich die Story sehr spannend, plus die ganzen süßen Charaktere, sehr nice. Ich bin sehr ge... Bro, jetzt geht meine Maus nicht mehr. Hatte ich nicht eben das Problem, dass mein Controller nicht ging? Habe ich jetzt eben meine Maus rausgesteckt? Was ist denn das? Ich glaube, ich habe meine Maus rausgesteckt eben. Junge, was passiert denn hier? Ja, jetzt geht sie wieder. Ich habe meine Maus einfach rausgesteckt. Ähm, also ich bin sehr gespannt, also was dann eben das fertige Spiel sein wird, ne? Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob es dann... Ne, es gibt keinen Release Date. 2024 einfach nur. Warte mal, habe ich hier noch mein Reaction-Ding? Mal ganz kurz gucken. Was sagt denn der Trailer eigentlich? Ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Technik, die begeistert. Alter, war das Felix? What? What? How are you doing? Too bad, you can't tell me. What? What? I quite wondered if maybe you'd take Harold with you. Me? To the cave? Yes. Was? Investigate the source of the particles. Humans are so unpredictable. Was? Was? There's almost nothing to understand. Please witness the future of Fedora. I thought you said it wasn't a fault. It's not. I just happen to agree with them. Is that not a computer? You may commence stage D as discussed. Hmm. Something is a foot. Too many things that don't add up. Hey, Junge, wie geil ist das? Yes! Whoa. Okay, das ist krass. Junge, das wirkt ja wie... Also das ist so polished, das Spiel. Das wirkt einfach wie eine komplette Serie. Haben die andere Spiele? Das ist deren erstes Spiel. Das ist deren einziges Spiel, was sie je gemacht haben. Okay, das ist krass. Alter, das sieht ja so cool aus. Das ist eine Geschichte über das Leben auf einem unterseeischen Raumschiff. Wow. Boah, ich glaube nicht, dass mich jemals eine Demo so geflasht hat. Das ist ja übel krass. Okay, Chad, also das müssen wir spielen, wenn das rauskommt. Also da sehe ich aber auch ein komplettes Let's Play, oder? Was sagt ihr dazu? Das ist ja Wahnsinn. Krass. Also da wittere ich aber auf jeden Fall ein richtig fettes Let's Play. Vor allem wirkt das irgendwie so, als wäre das Spiel auch ziemlich lang, ne? Das sieht ja unfassbar schön aus. Richtig krass. Also da geht's ja noch richtig ab dann. Und vor allem wie schön, also geil, man. Chad, ich liebe Videospiele. Also vor allem sowas halt, ne? Guck mal, da kommt ein neues Studio oder Entwicklerwesen kommen da um die Ecke. Und die ballern da einfach so ein Brett raus. Was so Besonderes einfach. Pure Kunst. Ist das geil, Mann. Boah, darauf freue ich mich extrem. Chad, nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt schon raus bin. Okay, was heißt jetzt schon, ne? Dreieinhalb Stunden streamen. Wir haben ja auch schon einfach wieder fast halb zwei. Ich werde auf jeden Fall sofort das VOD fertig machen, damit ihr das morgen in schönster Qualität natürlich auch noch auf YouTube nachholen könnt. Für viele Leute, die erst noch irgendwas verpasst haben oder so. Das war richtig, richtig toll. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Krass. Also ich weiß, dass das Spiel natürlich nicht für jeden ist. Ist klar. Aber, äh, also das finde ich ist wirklich pure Kunst. Also das gefällt mir sehr gut. Wahnsinn. Bin richtig happy. Ist das cool, Mann. Danke für den Stream, Josh. Chad, dankeschön für eure Zeit, Mann. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Viele sind ja bestimmt auch schon eingeschlafen. Ich meine, wir haben mitten in der Woche wieder halb zwei. Es ist vielleicht wieder ein bisschen noch spät geworden. Chad, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe, euch hat gerne Radio-Stream gefallen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Danke euch für die ganzen Sub-Erweiterungen. Und lasst es euch gut gehen, Chad. Macht euch einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Und ja, ich werde jetzt mich ums VOD kümmern. Wird ja bestimmt auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Bestimmt so zwei Stündchen oder so. Und ich freue mich auf den nächsten Stream-Chat. Wir können sehr gerne hier noch ein paar Demos die Tage ausprobieren. Das war ja jetzt nur eine Demo, die wirklich einfach zwei Stunden geht. Ich bin sehr froh, dass ich das als einzelnes Let's Play aufgenommen habe. Jetzt also als einzelne YouTube-Folge. Und nicht als, wir testen ganz viel. Weil das war jetzt wirklich eine Riesendemo. Wir können sehr gerne auch noch die Tage in andere Demos reingucken. Ich habe da ja noch einiges runtergeladen gehabt. Da wird bestimmt noch sehr viel anderer Shit bei sein. Also, Chad. Schön, dass ihr da gewesen seid. Schlaft alle schön. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und natürlich auch hier an meine VOD-Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten VOD wieder. Tschüss YouTube erstmal. Tschüss.